herzlich willkommen zu einem neuen let's play auf meinem kanal wir spielen loading screen simulator und ja wir schauen uns das jetzt mal an was wir hier so machen können wir sehen können wir money ok hier können wir sachen kaufen 15 dollar für time span program it shows how much time have you spent ok dann würde ich sagen dass es wäre unser erstes hier also drücke ich mal auf earn money bis wir 15 dollar haben und kaufen das erste und da hätten wir auch schon unsere gespendete zeit die ansicht schauen uns mal das nächste ziel ein time left program it shows how much time it's left 15 dollar das ist die vergangene zeit und das nächste kostet uns 30 dollar das ist für die loading screen animation jetzt haben wir einen wunderschönen loading screen mit der einblendung loading schwindows media play that's music to your loading page ok so können wir musik im spiel machen kaufen wir uns als nächstes dafür brauchen wir 90 dollar so und damit haben wir unsere musik ja gut gut als nächstes helper hi is going to help you to load your program 300 dollar und er will start rein jetzt Damit hätten wir das Ziel erreicht. Try to restart your computer. Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Nämlich nicht. Moment, das geht mal ein bisschen leiser. Also für mich. Gut, und dann kommen wir als nächstes weitere 300 Dollar zum Upgrade your browser. Make your internet connection better. Dann sammeln wir mal weiter. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich habe jetzt das Spiel schon mal gespielt und ich klicke da nicht drauf, weil wir da echt in den Internet Browser kommen. Gut, ein Spiel. Everybody like games. Ja, weitere 300. Und let's go. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das ist ein sehr guter Hinweis. 그렇죠. Sлять. Jahrh wonder ist dasик. Wie gesagt. Je hatte weniger Anyone. und damit hätten wir ein spiel freigeschaltet wow, das lief ja super wie langsam der Balkon sich bewegt das ist unglaublich das ist unglaublich das ist unglaublich das ist ja wirklich tadellos interessant haut nicht direkt vorm Hocker kommen wir nicht mal raus ok konsolishindo so write comments to speed up the loading 54 dollar und rein da und dann und dann Oh, oops. The 14th letter of the alphabet, das ist das N, 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 N. How many figures you have in your left onion has? Null. Are you human? No. A plus P? B like A, B. How many questions you have already answered? 4. Mr Einstein. How many letters in this sentence? Do you like this game? No. Are you seriously? Yes. What's my name? Nein, das war nicht richtig, okay. Aber der Rest war richtig. Das ist schon mal gut. 5, 4, 1, 28. Nope. Yes. Auch nicht. Oh, ich hab mich vertippt. Oh, ich hab mich vertippt. Okay. 104, 1, 28, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 18, 20, 22 civil. Loading, okay. Immer einen zweiten Balken haben wir. Oh, Shit, das ist okay. Vielleicht einer der Entwickler. Wie heißt der, Ruslan, Ruslan, Jürgen? Und jetzt? Doch, das war lecker gerade, oder? Bin ich doof. Bis zum nächsten Mal. Okay, abgewornt jetzt. Okay, haben wir einen dritten Balken. Wir haben noch, it makes everything zweimal schneller, okay, haben wir. Und eine Geldverschwendung, okay, dann weiter geht's. 600 Dollar. Und jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Gleich ist es soweit, dann haben wir es. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir haben das Ende erreicht. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Hier ist immer noch alles fein. Und wir warten und wir warten noch ein Stück. Und wir warten und wir warten noch ein Stück. Und nun haben wir den Balken erreicht. Jetzt ist es schon drüber. Mal schauen. Man kann aber sonst nichts hier machen. Nichts anklicken. Was lädst? Was müsste da am Download? Also am Lab? Sind das 100 GB Filme übernimmte Leute? Nein, natürlich nicht. Und wir haben zwei Balken drüber erreicht. Ich kann mich voller Spannung gar nicht halten. Cool, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So, jetzt aber. Hier ist auch nichts mehr los. Hier ist auch nichts. Start, okay. A GIF von einer Katze, die einen Handstand macht. Oder ist das ein Hund? Ist das ein Endloschleife? Ja, fließen. The End. Alles klar. Das war mit dem Chair-Simulator, glaube ich, mit auf einer Höhe. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Danke fürs Zuschauen.